Ich bin selbst betroffene Mutter eines herzkranken Sohnes und habe die eigene Erfahrung gemacht, wie gut es tut, in schwierigen Ausnahmesituationen jemanden zu haben, der zuhört oder einfach nur da ist. Aus diesem Grund haben wir den Elternverein Gecko gegründet, um den Eltern zur Seite zu stehen, Hilfe zu leisten oder einfach auch nur zuzuhören. Wir betreiben Fundraising, um die Spieltherapeutin auf der Station zu unterstützen mit Bastematerial. Wir haben die Station bunt gestaltet, um einfach Glücksmomente in die Augen der Kinder zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017